Wer in dieser Nacht den Koran liest, wer in dieser Nacht den Koran liest, so als er 83 Jahre den Koran gelesen hat, und das ist von der Hult und von der Rahmah von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, mit wenigen Taten viel zu erreichen. Wir sind die Ummah, die Ummah, die vor uns gekommen sind, von Nuh a.s.w., die haben teilweise tausend Jahre gelebt. Aber bei uns, wir können mit wenigen Taten so viel erreichen, wie die in tausend Jahren erreicht haben. Stell dir vor, du lebst 50 Jahre und bis jedes Jahr im Ramadan betest du die letzten 10 Tage. Du erwischst 50 Mal hintereinander Leid und Kadr. Schau dir mal an, wie viel Hassanat du am Ende gewonnen hast. Super, das ist Leid und Kadr. Und der Prophet a.s.w. sagt über den Ramadan, allgemein sagt er, Wer dem Ramadan im Gebet steht, dem wird Allah das vergeben, was er vorhin Sünden getan hat. Und jetzt schaut euch die Sünde an, jetzt schaut euch diese Rahmah von Allah an. Viele von uns, wahrscheinlich, der Mensch ist schwach, hat jetzt diesen Ramadan, wenn er nachguckt, sagt er sich, Ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe nicht jeden Tag Tarawih gebetet. Ich bin nicht jeden Tag im letzten Drittel aufgestanden. Und Allah sagt, wer dem Ramadan steht, den ganzen Ramadan sozusagen, so hört sich das an. Aber dann sagt er, guck, Allah kommt hier direkt mit der neuen Chance. Wenn Leid und Kadr im Gebet steht, der wird das vergeben, was er vorher an Sünden getan hat. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, wofür leben wir? Allah sagt im Koran, Ihre Seele wird den Tod kosten. Und jüngster Tag werdet ihr den Lohn bekommen. Was dann? Jüngster Tag, das ist entscheidend. Und wer dann von der Hölle und Feuer weggebracht wird und im Paradies gar hineinkommt, der hat gewonnen. Das ist der Gewinn, das ist unser Ziel. Subhanallah, wirklich ganz ehrlich. Wir wissen jetzt, Inshallah ist heute Leidatul Kadr. Sehen wir mal ganz ehrlich. Wenn zu jemand von uns gesagt werden würde, wenn zu jemand von uns gesagt werden würde, wenn du heute die ganze Nacht in der Moschee bleibst und du machst Bewegungen auf diese Art und Weise, du kriegst morgen, wenn du hier rausgehst, vorne an der Tür 1000 Euro. Jetzt mal ganz ehrlich, würde irgendjemand rausgehen, hier, wahrscheinlich nicht, das heißt 1000 Euro. Aber was sind 1000 Euro gegen 83 Jahre Ebeder, die dich Allah näher bringen und die dich Inshallah ins Paradies bringen. Was ist Paradies gegen 1000 Euro? Oder was sind 1000 Euro gegen das Paradies? Nichts.